Willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go und ja, ihr seht richtig, der Ramses hat kein Bart mehr, der sieht jetzt wieder aus wie zwölf und ja, das Video ist jetzt aus gegebenem Anlass zum Barschwa-Event, da möchte ich noch kurz ein Feedback dazu geben, also mein Fazit, wie ich das Event fand, was ich so gefangen hab, was ich nicht gefangen hab, die Highlights und ihr werdet die nächsten Tage dann noch ein paar Videos sehen, ältere Videos, wo der Bart wieder dran ist, also nicht wundern, denn ich hatte schon ein paar Sachen vorbereitet, aber es kommt ja immer zu einem Event nach dem nächsten und da muss man immer zu up-to-date sein, deswegen, ja, fangen wir einfach mal an. Wie fandet ihr denn das Barschwa-Event, das war ja das erste Mal, dass sowas da war, dass ihr also nicht wie beim Community-Day rumlauft und überall die Viecher sitzt und ihr sie antippt und die Chance auf Shinies habt, sondern ihr musstet Stops drehen und Aufgaben an den Stops lösen. Bis man dann als Belohnung immer einen Barschwa bekommen hat, aus der Forschung sozusagen und das eben Shiny sein konnte. Jetzt hatte ich so einen Bammel vor dem Tag, hab mir öfters ins Höschen gemacht, weil an den Community-Days war das eigentlich immer eine richtig gute Ausbeute. Wenn es mal wirklich schlecht lief, hat man vielleicht so vier, fünf, sechs Stücke gehabt, an guten Tagen mal zehn bis vierzehn. Also da ging es schon immer richtig ab und es hat natürlich Spaß gemacht, in der Gruppe rumzulaufen, Shiny zu rufen, wenn man was hat. Alle waren gespannt, alle haben sich immer gefreut. Aber beim Barschwa-Tag, muss ich jetzt schon sagen, fand ich es richtig assi. Es war richtig kacke. Ich meine, schön, dass Niantic sich immer neue Sachen einfallen lässt und den Leuten was bieten möchte, aber die muss man ja nicht immer gut finden. Ich hoffe, solche Events werden nicht nochmal kommen oder nicht so oft kommen. Dann gönne ich mir lieber diese Raid-Tage, wo an allen Arenen Viecher sitzen, die ihr als Shiny bekommen könnt, wie bei Gengertag oder Lavados, Haktos, Zapdos oder eben diese normalen Community-Days haben für mich viel mehr Anreiz, da auch dieses Gruppenspielen und der Gruppenaspekt besser umsetzbar ist. Ich habe sehr ein bisschen rumgelaufen und haben dann einfach, der eine hat die Aufgabe gehabt, der andere die, der andere die. Man hat versucht, immer die gleichen Aufgaben zu nehmen, aber man ist gar nicht hinterhergekommen mit dem Erfüllen. Da war der eine also schon fertig, hat sich die nächste schon geholt. Der eine wollte dann lieber am Modul kurz stehen bleiben, seine Würfe noch fertig machen, wo es ja wirklich 10 großartige und 15 gute Würfe gab. Oder der nächste hat eben nur noch Bonbons vom Buddy gehabt und hat gesagt, er kann jetzt nicht stehen bleiben, er muss laufen. Er ist dann also einfach schon weggelaufen, ist seine Runden gedreht, durch den Park, durch die Stadt, sonst wie, während die anderen noch da gestanden haben. Dann hatten die anderen die Aufgabe, sind dann losgerannt, während er dann Zeit gebraucht hat, stehen bleiben musste, da fangen musste. Die Gruppe wurde also öfters gespalten, auseinandergerissen, was jetzt weniger schön war. Das geht bei den normalen Community Days natürlich besser. Und auch die Ausbeute. Ich bin mit drei Handys, ja, ich bin ein bisschen behindert, deswegen bin ich mit drei Handys durch die Stadt gelaufen. Es war so krampfähig, drei Stunden lang das festzuhalten hier, am Abend aufzulegen, mit drei Accounts zu fangen, Aufgaben zu lösen. Das war Chaos, pur Verwirrung. Und ich habe sage und schreibe ein Barschwar Shiny bekommen auf dem einen Account. Und ich habe ein Barschwar Shiny bekommen auf dem anderen Account, die ich mir natürlich dann rüber tauschen werde. Mein Hauptaccount, der Aiwarscharf, hat leider gar nichts bekommen. Ist aber so auch nicht richtig, denn ich habe gesehen, dass in Feldforschungen ein 117er Barschwar war ja ein 100%iges. Ich habe ein 100%iges auf dem einen Account bekommen und aber auch auf dem Hauptaccount. So habe ich wenigstens ein 100% Barschwar aus der Forschung bekommen. Habe natürlich mir gestern und heute die zwei Shiny Barschwar rüber geschickt. War wieder mal teuer. 40.000 wäre schöner gewesen, wenn man da selbst eins bekommen hätte und hätte es für 800 rüber tauschen können, was eben nicht der Fall war. Dann habe ich, als ich weitergelaufen bin, das war nämlich nicht mein Highlight. Ich meine zwei Shiny Barschwar im Endeffekt und ein 100er sind ja eigentlich ganz cool. Aber es gab ein ganz anderes Highlight und da meine ich jetzt nicht das Shiny Stolunior, was ich auf dem Weg noch mitgenommen habe. Ja, auch ein Shiny Stolunior gab es nämlich, ganz überraschenderweise. Das noch angeklickt, Shiny gewesen, das eingetütet, mitgenommen. Aber mein Highlight war ein Shiny Zickzacks und das finde ich ja besonders cool. Ich sage dazu, Pupsi auch immer, die haben da so einen Hund und der freut sich immer übelst, wenn der mich sieht. Und der liegt eigentlich immer noch rum und schläft und macht den ganzen Tag nichts und ist total, naja, Banane. Aber wenn ich komme und wenn der mich sieht, da hüpft er immer durch die Gegend wie wild und rastet komplett aus. Deswegen habe ich gesagt, Zickzacks normal ist, wenn der Hund normal ist. Und Zickzacks shiny ist dann, wenn ich in den Raum komme und dann rastet er aus. Da fungelt er und glitzert in alle Richtungen. Und ja, das Event läuft ja noch ein bisschen, das Höhen-Event. Da wusste man ja, dass es da also Zickzack und Zickzacks und Schwalbini als Shiny gibt. Habe bisher leider noch gar nichts davon gehabt. Habe aber auch kaum gespielt. Eigentlich nur Raids wegen Kyoko und Groudon Raids. Und deswegen war es schön, dass ich da ein Shiny Zickzacks bekommen habe. Und wo wir gerade bei Raids sind, der Tag war nämlich noch nicht zu Ende. Genau 14 Uhr, als das Event aus war, sind wir noch zum Tanzenden Löwen gegangen. Eine Arena bei uns um die Ecke. Da habe ich nochmal mit dem Ivar Scharf, Ivar Mild, Ivar Soft einen Raid gemacht. Mit den drei Accounts, mit denen ich also auch rumgelaufen bin. Und der Hauptaccount wieder mal kein Shiny bekommen. Aber bei Ivar Mild und Ivar Soft jeweils einen Shiny Groudon bekommen. Also im Endeffekt war der Tag eigentlich ganz korrekt. Es hat sich dann gelohnt. Mein Ziel, wenigstens zwei Shiny Barschmer zu bekommen, wurde erreicht. Es gab noch ein Shiny Zickzacks, ein Shiny Stolunia, zwei Shiny Groudon obendrauf. Aber wenn ich wirklich nur mit einem Account jetzt gespielt hätte, dann sieht das Ganze eben nicht so aus. Und es war eben auch sehr chaotisch. Ich habe mir vorher Gedanken gemacht. Unsere Stadt hat eben nicht so viele Stops. Muss man jetzt wegfahren in die Großstadt, wo man 10 Millionen Stops nebeneinander hat. Aber ich bin hier nicht mal fertig geworden, alle Stops zu drehen und jede Aufgabe zu lösen. Weil manche sich doch ein bisschen gezogen hat. Man so koordinieren musste. Wo war ich jetzt schon, wo nicht. Wo laufe ich denn jetzt hin, damit mal die Eier schlüpfen. Und das alles noch versetzt machen. Und dann mit dem Buddy. Und dann steht ihr am Stop und es fehlen noch genau 100 Meter, dass die Aufgabe fertig wäre. Und ihr den nächsten Stop drehen könntet. Und ja, wie gesagt, es war also schon ein bisschen chaotisch. Ich finde das an normalen Community Days geht das einfach besser zur Sache. Auch wenn es da chaotisch ist und so viel rumsitzt und man da mit mehreren Accounts spielt, hat man Stress. Trotzdem macht es einfach mehr Spaß. Und hat mir persönlich auch besser gefallen als der Barschwartag. Deswegen sage ich es nochmal, ich hoffe, dass sowas nicht so oft vorkommt. Denn im Gegensatz zu den Community Days war also nicht nur bei mir. Ich habe es auch bei vielen anderen gesehen, die Ausbeute wirklich nicht so krass. Selbst bei Facebook habe ich durchgeguckt, so viele berichten, dass sie wirklich gar keins bekommen haben. So viele Aufgaben gelöst. Kein Shiny bekommen, kein Barschwart, gar nichts dabei. Oder manche haben vielleicht eins bekommen und waren darüber trotzdem traurig. Und ja, bei den Community Days ist das eigentlich nicht so. Da gibt es eigentlich selten mal Leute, die wirklich leer ausgehen in diesen drei Stunden. Deswegen lieber Community Days und lieber Raid-Tage wie bei den legendären Vögeln. Arctus, Zapdos, Lavados. Aber diese Stop-Drehtage muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Kann bei euch natürlich wieder anders sein. Wie ist eure Meinung dazu gewesen? Wie fandet ihr den Barschwartag? Hat er euch Spaß gemacht? Wo seid ihr so unterwegs gewesen? Wie viele Quests habt ihr denn ungefähr gelöst? Und habt ihr einen Shiny Barschwart bekommen? Gab es vielleicht auch andere Shinies bei euch? Und habt ihr schon einen Shiny Groudon oder Kyokre bekommen? Jetzt während des Events. Schreibt es mal in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.